ja grüß gott grüß euch liebe freundinnen und freunde weiß nicht wie es euch geht aber mir sind in den letzten tagen so gegangen man lernt doch nie aus habt ihr zum beispiel das schöne wort dipferl scheißer gekannt aber ich weiß nicht ob ihr das so in eurem wortschatz so normal drin habt und ob eigentlich alle wissen was das ist ein dipferl scheißer also ich habe einmal extra nach recherchiert und da findet sich dann auf hochdeutsch so übersetzungen wie erbsenzähler korinthenkacker klein karierter paragrafen reiter geistiger pfennigfuchser oder ganz nett schnürsenkelbügler also so bezeichnet der bayerische ministerpräsident seinen koalitionspartner das sind die mit denen er angeblich so vertrauensvoll und erfolgreich zusammenarbeitet und das sind die mit denen er nach der nächsten wahl auch gerne weiterregieren möchte das ist die splitterpartei die unterhalb des parlamentarischen existenzminimums durch die gegenschnort und jeden anhaut hey hast du meine leihstimme für mich und von denen von denen lässt sich die einst ach so stolze csu wie der ochs am nasenring durch die manege führen wer hätte es je für möglich gehalten die partei von franz josef strauß die heute in passau wieder sich an ihrer glorreichen vergangenheit berauscht im wahrsten wortsinn und es ist ja auch nötig dass sie sich an ihrer vergangenheit berauscht weil für die gegenwart und für die zukunft da haben sie nichts mehr zu bieten nichts mehr außer großspurigkeit außer beliebigkeit und außer macht erhalt um jeden preis aber okay will er jetzt nicht ganz ungerecht sein doch sie haben noch ein bisschen mehr zu bieten sie haben zum beispiel zu bieten die dumpfe einfalt eines herrn dobrindt oder sie haben zu bieten die schmutzeleien eines herrn söders oder sie haben zu bieten die kaltherzigkeit einer frau hadertauer oder aber auch die zuckerwatte einer frau eigener oder dem ganzen drohen dann die chaos diktatur des herrn seehofer diese einst so unbezwingbare partei die muss sich also heute von der dipferl scheißer truppe der fdp daran hindern lassen die studiengebühren noch ganz schnell vor der landtagswahl abzuschaffen damit sagt nur ja keiner merkt wem eigentlich die studierenden diese abzocke zu verdanken haben und es wird immer peinlicher und grotesker je länger diese posse geht erst vor kurzem im bayerischen landtag man die csu wissen ja schon gar nicht mehr wie sie es machen sollen wie sie sich hinstellen sollen hat ein csu redner gesagt und ich sage ihnen die studiengebühren werden abgeschafft dank der csu das war ein knaller das war ein echter komiker der herr freller der das gesagt hat aber die wahrheit ist niemand braucht die csu um die studiengebühren abzuschaffen das machen die bürgerinnen und bürger ganz von alleine und niemand braucht die schwarzen damit die ihre eigenen fehler jahre zu spät korrigieren und auch niemand braucht die gelben um die schwarzen vorzuführen das machen die schon ganz von allein und die fdp die fdp führt gerade vor mit welcher verzweiflung sie kämpfen kann die kämpfen wirklich bis zum umfallen und wie teuer uns dieses umfallen dann zu stehen kommen wird man schätzt 250 millionen bis zu einer halben milliarde der steuerzahler soll dieses umfallen dann auch noch steuer bezahlen teuer bezahlen und in der zwischenzeit was passiert passiert in der zwischenzeit in der zwischenzeit nehmen die bürgerinnen und bürger das heft des handelns selber in die hand sie schaffen die studiengebühren selber ab ganz direkt demokratisch und ganz ohne schwarz und gelb und an dieser stelle will ich wirklich allen danken die sich eingesetzt haben im januar die auf der straße stand bei wind und wetter und bei kälte und schnee und eis und die gekämpft haben für das volksbegehren dass das volksbegehren dieser grandiose erfolg wurde derer war ganz ganz herzlichen dank an euch alle für euren einsatz dieses volksbegehren war das erfolgreichste volksbegehren seit mehr als 40 jahren in bayern eine million drei hundertfünfzig tausend menschen sind in 14 tagen in die rathäuser gegangen und haben mit ihrer unterschrift dokumentiert dass sie für bildungsgerechtigkeit stehen dass die verantwortung übernehmen und dass sie schwarz-gelb in die wüste schicken wollen und all das zeigt doch schwarz-gelb ist wirklich am ende die koalition der wendehälse und der dipfelscheißer die hat wirklich fertig und horst der polita lodry der jede woche mit einer anderen meinung durchs land stolziert dieser horst hat abgewirtschaftet und wenn der sich dann mit treuherzigem augen aufschlag hinstellt und versichert ja ich verstehe die ganze aufregung gar nicht ich bin doch immer treu ich bin gerade der meinung treu die in den umfragen am attraktivsten ausschaut dann sage ich diese inszenierung muss schnellstmöglich vom spielplan abgesetzt werden liebe freundinnen und freunde das ist eine schmieren komödie und die taugt noch nicht mal mehr für das bauerntheater von dundenhausen so und wir machen deutlich bayern hat wirklich was besseres verdient und deshalb der politikwechsel ist in bayern überfällig machen wir das jahr 2013 machen wir das jahr 2013 zum jahr des grünen wandels des grünen wandels in münchen und in berlin das ist längst überfällig und eines ist klar den politikwechsel den gibt es wirklich nur mit starken grünen und das hat ja auch die wahl in niedersachsen wieder gezeigt dass dort schwarz gelb abgewählt wurde wenn auch wirklich denkbar knapp aber dass es dort jetzt einen grünen umwelt- und energieminister gibt einen grünen landwirtschaftsminister eine grüne wissenschaftsministerin und eine grüne justizministerin das ist dem erfolg und der stärke der grünen zu verdanken und sonst niemanden und deswegen an dieser stelle meine ganz herzlichen meine ganz herzlichen glückwunsch an stefan wenzel und an anja piel in hannover wir freuen uns mit euch und wir möchten es euch gerne nachmachen im herbst in bayern und ob in niedersachsen oder bei allen anderen landtagswahlen in den letzten zwei jahren es geht nur mit starken grünen starke grüne sind die voraussetzung dafür dass der politikwechsel gelingt und das gilt auch und ganz besonders natürlich hier in bayern und dafür kämpfen wir in bayern vor kurzem hat die zeit geschrieben die grünen wegen werden wegen ihrer themen und wegen ihrer kompetenzen gewählt ja das ist richtig und das ist ein schönes lob aber wir werden auch wegen unserer werte gewählt die nachwahlbefragung in niedersachsen hat gezeigt 90 prozent der wählerinnen und wähler wählen grün wegen unserer grünen werte und da zeigt es sich dass es sich auszahlt auf werte zu setzen und kein kokolores zu veranstalten ja wir setzen auf werte wir haben auch visionen wir haben die vision dass es ein anderes wohlstandsmodell geben kann und geben muss als das was wir im moment erleben wo wachstum über alles geht und umweltzerstörung noch nicht mal in irgendwelchen volkswirtschaftlichen rechnungen auftaucht und wir haben das ziel eines anderen lebensstils der umwelt verträglich ist und der global verträglich ist und der sozial gerecht ist und wir haben achtung vor der vielfalt der vielfalt der natur der natürlichen lebensgrundlagen und wir stehen für gleichberechtigung und solidarität das sind unsere grünen werte und deswegen sind die grünen die werte partei und niemand anderes und auf der grundlage dieser werte entwickeln wir unsere politischen konzepte und unsere politischen antworte und wir zeigen auf der grundlage dieser werte was bayern gewinnt mit grüner politik und bayern gewinnt mit politik mit grüner politik bayern gewinnt an demokratie mit grüner politik weil wir haben die konzepte für mehr transparenz für mehr bürgerinnen und bürger beteiligung für mehr teilhabe und wir sind die mitmach partei das haben wir gezeigt bei unserer mitglieder befragung zur wahl unserer spitzenkandidaten und spitzenkandidatin bei uns ist es kein leeres wort wir praktizieren beteiligung und mitmachen in der eigenen partei und darüber hinaus und wir stehen für politik auf augenhöhe kretschmann hat immer gesagt die politik des gehört werden die politik des zuhörens und wir achten die kompetenz der bürgerinnen und bürger wir schätzen sie wert viele entscheidungen sind besser wenn viele bürgerinnen und bürger daran beteiligt sind weil sie mit ihrer alltagskompetenz ganz genau wissen wo die straße zu verlaufen hat ob man sie braucht oder ob man sie eben nicht braucht und ob sie einen zusätzlichen sausteuer in niederbayern braucht oder ob schon längst viel zu viele dossern das zauberwort heißt beteiligung beteiligung statt bevormundung und beteiligung heißt eben nicht dass man vorher schon weiß welches ergebnis am ende rauskommt und beteiligung heißt eben auch offenheit und kontrolle abgeben können und seehofer redet ja mittlerweile hat es irgendwie aufgeschnappt von der mitmachpartei und hat meint das herzigurte das kann ich einmal von mir geben als er redet mit neuerdings auch gerne von der mitmachpartei aber hat da irgendwas falsch verstanden hat es nämlich gesagt und dann haben einige in der csu das doch irgendwie ernst genommen und die vorsitzende der jungen union hat den vorschlag gemacht dass man doch eine mitgliederbefragung in der csu machen sollte um festzustellen ob die wirklich jetzt für die abschaffung der studiengebühren sind oder ob die doch lieber beibehalten wollen das hat sie im csu vorstand vorgetragen aber da wurde die dann abgebürstelt so schnell konnte ich auch nicht schauen und danach hat der seehofer gesagt zitat wenn wir also mitgliederentscheide oder bürgerbeteiligung oder ähnliches machen dann soll das zum nutzen zum mehrwert für die christlich soziale union sein und nicht ja dann soll das zum mehrwert für die christlich soziale union sein und nicht der parteiführung in besonderer weise auf die finger schauen also ich schlage vor die wählerinnen und wähler sollten dieser parteiführung in besonderer weise also in der csu macht man das vielleicht noch mit aber eben nicht mehr in der bayerischen bevölkerung da sind die bayerinnen und bayern längst weiter und nutzen eben alle möglichkeiten der direkten demokratie und das heißt eben auch dass die verantwortlichen politikerinnen und politiker dann aber diese bürgerentscheidungen auch achten sollen und die auch verpflichtet sind und deswegen geht es nicht dass die dritte startbahn noch länger im landesentwicklungsbahn drin steht die dritte startbahn ist abgewählt und ich fordere alle verantwortlichen auf sich auch wirklich daran zu halten und endgültig zu beerdigen und weil ich gerade bei bürgerbeteiligung bin wir haben hier überall die plakate finger weg von unserem wasser es gibt eine europäische bürgerinitiative wasser ist ein menschenrecht die ist europaweit vernetzt und hat inzwischen mehr als eine million unterschriften eingesammelt und diese europäische bürgerinitiative setzt sich dafür ein dass das grundrecht auf wasser für alle menschen erhalten bleibt dass unser trinkwasser nicht privatisiert werden darf dass es ein öffentliches gut bleiben muss und dass es in händen der kommunalen daseinsvorsorge bleiben muss und deswegen bitte ich euch falls ihr es noch nicht gemacht habt unterschreibt bei dieser europäischen bürgerinitiative wir werden nachher auch noch mal mit wasser anstoßen mit guten niederbayerischen trinkwasser anstoßen um ein zeichen zu setzen eben gar nicht mit bier sondern um ein zeichen zu setzen dass unser trinkwasser dass unser wasser ein menschenrecht ist und nicht liberalisiert und nicht privatisiert werden darf und ich bin überzeugt davon wenn jetzt wirklich viele hunderttausende millionen unterschriften bei dieser europäischen bürgerinitiative eingehen dann kann es den bürgerinnen und bürger in europa gelingen dass wir diesen kampf gewinnen gegen die privatisierer gegen die liberalisierer und gegen die wasserkonzerne das muss möglich sein dafür setzen wir uns ein so bayern gewinnt mit grüner politik bayern gewinnt zum beispiel an talenten und an chancen für alle kinder in ganz bayern die herrschende stress schule unter der viele kinder leiden die kann doch kein zukunftsmodell sein wir wollen keine frühe auslese von zehnjährigen kindern sondern wir wollen eine schule die mut macht wir wollen eine schule die jedes kind in seiner einzigartigkeit achtet und die jedem kind die nötige zeit gibt dies zu seiner entfaltung braucht und wir wollen keine schule in der die kinder im gleichschritt durch den stoff marschieren müssen sondern wir wollen eine schule in der jedes kind schritt halten kann und in der jedes kind unterstützt wird und den optimalen und besten abschluss bekommen kann so eine schule brauchen wir und nicht diese burn out schule wie sie vielfach erleben und wir wollen eine schule in der kein kind durchs raster fällt sondern eine schule die jedem einzelnen kind gerecht wird und das bedeutet wir brauchen mehr zeit wir brauchen einen wirklich guten rhythmisierten ganztagesunterricht wir brauchen mehr personal an den schulen wir brauchen auch mehr freiheit für die schulen mehr freiheit zum beispiel damit die schulen vor ort selber entscheiden können wohin sie sich entwickeln welches modell welches schulmodell das für sie jeweils sinnvollste und zukunftsversprechendste ist und was ist denn mit der mittelschule die der späne vor zwei jahren mit großen aplomb eingeführt hat das sollte die schulstandorte in den ländlichen regionen retten das sollte die schule im dorf lassen und was ist passiert zwei jahre später bluten die schulen aus und nach der landtagswahl werden ganz viele kleine schulen in ganz bayern schließen müssen und das werden wir auch nicht akzeptieren und deswegen ist es umso wichtiger dass wir grüne in der schulpolitik eine grüne marke setzen dass wir mit unserer bildungspolitik mit unserer schulpolitik dafür sorgen dass die schule im dorf bleiben kann und dass die ländlichen regionen eine chance haben mit einer besseren bildungspolitik mittlerweile gibt es ja sogar schon csu bürgermeister die an den csu kultusminister appellieren bitte lieber herr späne genehmigen sie uns doch eine gemeinschaftsschule wir sehen doch vor ort es sind immer weniger kinder und da kann es nicht mehr funktionieren dass wir die immer weniger werden kinder auf viele verschiedene schularten aufteilen und anstatt das geld in die kinder zu investieren in die lehrer zu investieren den busunternehmer geben müssen die ich brauche eine gemeinschaftsschule wo jedes kind optimal gefördert wird und jedes kind dem ihnen entsprechenden abschluss machen kann das mittlerweile fordern sogar csu bürgermeister vor ort und das ist genau das was unsere grüne bildungsministerin silvia löhrmann erzählt aus aus nordrhein-westfalen sie macht genau das das vor ort entschieden werden kann wie wollen wir unsere schule entwickeln wollen wir eine gemeinschaftsschule haben welches schulmodell passt für uns und sie gibt ihnen die möglichkeit genau dieses schulmodell umzusetzen und was passiert sie sagt bei ihr stehen die cdu bürgermeister aus den kleinen gemeinden schlange und sagen bitte liebe frau löhrmann genehmigen sie uns eine schule weil nur so können wir den schulstandort erhalten das ist politik schulpolitik für die zukunft und nicht das was die csu betreibt bayern gewinnt mit grüner politik und bayern gewinnt beim klimaschutz und bayern gewinnt bei zukunftsfähigen arbeitsplätzen wir brauchen endlich konsequenten und wirksamen klimaschutz und das ist natürlich an erster stelle die energiewende und was wir da seit anderthalb seit zwei jahren fast an herumgestümpere und geholpere erleben das können wir uns nicht länger bieten lassen schwarz gelb hinter treibt die energiewende die einen wollen sie nicht und die anderen können sie nicht und deswegen muss endlich schluss sein mit dieser stümperei bis heute fehlen ja sogar die basisgrundlagen die einfachsten planungsgrundlagen um diese energiewende in bayern umzusetzen ganz am anfang gab es einen großspurigen plan wie wir das von der csu gewohnt sind was sie alles tolles machen und wie schnell sie 100 prozent erneuerbare haben und zwei jahre später fehlen uns noch die banalsten planungsgrundlagen es gibt immer noch keinen zuverlässigen windenergieatlas in ganz bayern das hat der zeil verpennt und er wird es noch länger verpennen wenn er noch länger in dieser position ist und es gibt immer noch keinen katastroph für pump speicher erst jetzt gibt es wieder die diskussion wo überall in unserem schönen bayerischen landtag pump speicher hingebaut werden sollen seit über zwei jahren fordern wir liebes wirtschaftsministerium setz mal deine beamten da dran und lass mal ein kataste erstellen wo gibt es denn überhaupt möglichkeiten in bayern für ein pump speicher kraftwerk was sind denn die geologischen bedingungen wo ist es sinnvoll und wo ist es nicht sinnvoll nach zwei jahren immer noch ein leeres blatt papier immer noch gibt es kein katast und das gleiche mit einer verteiler netz studie darauf warten wir auch seit monaten völliges versagen allein schon bei den banalsten planungsgrundlagen und dann brüstet sich diese regierung sagt ja wir stehen doch so toll da bei den erneuerbaren energien 35 prozent produziert bayern mittlerweile aus erneuerbaren energien in der tat das ist richtig richtig gut 35 das hat aber nullkommanix mit dieser politik von schwarz gelb zu tun das ist einzig und allein den erneuerbaren energiegesetz zu verdanken dass wir diese tolle leistung erbracht haben dass die bürgerinnen und bürger investieren dass die kommunen sich einsetzen dass es bürger energiegenossenschaften gibt dass die leute ihr geld investieren in die energiewende weil sie wissen es zahlt sich nicht nur aus sondern es ist auch gut für die zukunft gut für die kinder und gut für unser klima deswegen steht bayern so gut da nicht trotz nicht nicht wegen sondern trotz schwarz gelb und klimaschutz heißt natürlich auch verkehrspolitik energiewende heißt auch eine andere verkehrspolitik und dann geht es halt nicht dass man immer noch diese spatenstichpolitik macht und diese bändchen durch schneide politik kurz vor der wahl irgendwo straßenstückerl einweinen um sich feiern zu lassen und dann ist es egal was mit den vorhandenen straßen ist ob die kaputt gehen ob die marode sind ob die brücken noch stand halten und deswegen sagen wir bestand geht uns vor neustraßenbau und wir müssen endlich auch für den ländlichen raum einen zuverlässigen öPNV schaffen und wir müssen den rad und den fußverkehr stärken und nicht diese verkehrspolitik von gestern die schlecht ist für das klima die schlecht ist für die menschen und die schlecht ist für den ländlichen raum und klimaschutz heißt auch eine andere landwirtschaftspolitik zu betreiben ein fünftel bis ein viertel der co2 emissionen kommen aus unserer art wie wir nahrungsmittel produzieren kommen aus der landwirtschaft und nicht nur das auch der flächenverbrauch auch die verunreinigung verseuchung von böden von grundwasser die massentierhaltung die der antibiotika missbrauch das ist keine landwirtschaft für die zukunft das ist keine landwirtschaft für die verbraucherinnen und verbraucher und deswegen bin ich froh dass niedersachsen diesen anfang gemacht hat dass niedersachsen zeigen kann wie man ein land der massentierhaltung umgestalten kann in ein land was gesunde und umweltverträgliche und tiergerechte lebensmittel erzeugen kann wie die landwirtschaft der zukunft ausschaut ich bin gespannt wie niedersachsen das macht auch da werden wir genau hinschauen und auch da werden wir schauen dass wir für bayern diesen schwung mitnehmen und auch in bayern die agrarwende endlich umsetzen und jetzt regen sich wieder alle auf über den jüngsten lebensmittel skandal dass man das plötzlich auf dem umweg über viele verschiedene länder aus pferden kühe werden und dass man das nicht gewusst hat vor einem jahr standen wir hier und haben uns über den skandal bei müllerbrot aufgeregt das kann doch nicht ewig so weitergehen eine kurzfristige empörung aber die konsequenzen bleiben aus wir brauchen endlich klare vorgaben wir brauchen endlich transparente regeln für die verbraucherinnen und verbraucher und wir brauchen endlich eine offensive für die förderung des ökolandbaus es kann doch nicht sein dass dieses schöne bayern nicht in der lage ist die zum glück immer weiter steigenden nachfrage nach bio lebensmitteln selber zu befriedigen sondern dass wir importieren müssen das ist eine aufgabe auch für den zukünftigen landwirtschaftsminister oder die landwirtschaftsministerin dass wir es schaffen unsere landwirtschaft so umzugestalten dass immer mehr bauern auch umstellen auf öko auf bio und das wieder steigenden nachfrage auch her werden dass wir in unseren öffentlichen einrichtungen auch bio haben und das zum beispiel und das könnte sozusagen einer von einer neuen regierung auch eine erste aufgabe sein dass der erste empfang dass der erste neuersempfang sage ich mal der neuen regierung die menschen versorgt nicht mit irgendwelchen zeug von irgendeinem großkaterer sondern mit gesunden bio lebensmitteln so und bayern gewinnt auch mit starken frauen und mit einfühlsamen männern mit unserer grünen politik der gleichberechtigung und der selbstbestimmung und wir grüne praktizieren das ja quasi seit unserer gründung und wir zeigen wie erfolgreich man damit sein kann und die frauen haben es endgültig satt sie haben es endgültig satt bei der besetzung der gut bezahlten und einflussreichen jobs dann immer irgendwie gerade nicht zum zuge zu kommen und sich dann noch sagen zu lassen naja wenn man wirklich gut ist braucht auch keine quote diesen zynismus den haben wir endgültig satt und wir haben es auch satt uns mit herdprämien abspeisen zu lassen und dann die prekären und schlecht bezahlten jobs zu haben und am ende dann in der altersarmut zu landen auch das haben wir frauen satt und wir haben es endgültig satt uns an irgendwelchen bars irgendwelche abgeschmackten altherrenwitze anhören zu müssen diese zeit ist zum glück vorbei und die männer die sowas noch verbreiten die gehören endgültig abgewählt und auch dazu bieten die wahlen im herbst dann die günstige gelegenheit liebe freundinnen und freunde ich habe zu beginn gesagt man lernt nie aus und das ist wirklich so erst gestern konnten wir erfahren dass es tatsächlich möglich ist oder vorgestern dass es tatsächlich möglich ist dass ein papst zurücktreten kann ein papst der sein amt zurückgibt das ist doch irgendwie hat man gedacht es ist undenkbar das geht irgendwie gar nicht das ist gar nicht möglich zuletzt soll sowas im mittelalter vorgekommen sein genau im jahr 1294 heißt es und wir gratulieren josef ratzinger zu diesem mutigen schritt und wir wünschen ihm das allerbeste für seine gesundheit aber das ist eine wirklich historische sensation die da passiert ist und das passiert einfach so es passiert einfach so erst hat man gedacht das geht gar nie das wird niemals eintreten und dann ist es da man denkt sich ja okay und da werden wir es in bayern doch auch schaffen da werden wir es in bayern doch auch schaffen nach 56 jahren die csu endlich in die opposition zu schicken und das passiert dann einfach so und alle werden sagen hey und die leute brauchen ja auch gar keine angst zu haben weil unsere grünen themen die dominieren doch schon längst die regierungsarbeit der schwarzen die energiewende von uns abgekupfert gentechnik freiheit von uns übernommen erhalt der frei fließenden donau endlich nach vielen kämpfen meint der seehofer ja das war vielleicht auch eine gute idee und jetzt bei den studiengebühren aber ich sage euch was ich habe eigentlich keine lust mehr ich habe keine lust mehr diesen starkköpfigen schwarzen mühsam jahrelang nachhilfe zu geben und am ende haben sie es doch nicht kapiert und bei der umsetzung wissen sie auch nicht wie man es machen soll ich mag denen keine nachhilfe mehr geben wir möchten endlich selber regieren wir möchten endlich selber grüne politik erfolgreich in die realität umsetzen und dieses jahr hat ja schon sehr viel versprechend angefangen am 7 januar ist in stuttgart ein grüner oberbürgermeister vereidigt worden am 20 januar ist in niedersachsen schwarz gelb abgewählt worden und eine rot-grüne regierung ist ins amt gekommen am 30 januar haben wir die studiengebühren per volksentscheid schon mal in die wüste per volksbegehren schon mal halbwegs in die wüste geschickt der volksentscheid wird es dann noch fertig machen und gestern haben wir eine neue umfrage auf den tisch bekommen da liegen die grünen in bayern bei 15 prozent und ich sage euch das ist ein scharfer auftakt für ein erfolgreiches wahljahr liebe freundinnen und freunde wir haben die konzepte wir haben die kompetenzen wir haben die köpfe und wir haben die leidenschaft und die lust auf veränderung und deswegen sage ich euch kämpfen wir vor dem politikwechsel in herbst in bayern mit mehr grünen ist mehr drin für bayern dankeschön abonell